So, willkommen zurück zu einer neuen Runde, Isaac, Afterbirth Und, ähm, ja, wir werden uns heute mal an, äh, einen der letzten Charaktere machen, mit denen wir Hasch noch nicht besicht haben Wir haben Maggie Ah, wobei Maggie, ah, wir haben in letzter Zeit echt sehr viel Maggie gespielt, ne Eigentlich müssten wir mal Lazarus machen Oder wir spielen einfach mal wieder eine Runde mit dem Keeper Eigentlich hätte ich auch Bock auf den Keeper, wir versuchen es heute mal mit dem Keeper, wir gucken mal Wir geben dem Ganzen nochmal eine Chance, ne, wir haben ja eigentlich einen guten, äh, einen guten Itempool, ne Wir haben ja, äh, dadurch, dass wir den guten Nickel haben, eigentlich eine gute Sache So, ne Können wir eigentlich ganz gut durchkommen hier Sollte eigentlich funktionieren Ähm, wir haben ja auch schon einiges geschafft, ne Wir müssen nur noch, äh, den Darkfloor machen und, äh, Hasch und Bossrush, ne Genau, so war das Ja, blaue, die blauen Fliegen sind ziemlich geil Eigentlich würde ich das gerne so machen, dass sie nicht sterben Nice So, dass wir wenigstens noch ein paar beim Boss benutzen können Gehen wir mal direkt zum Boss Pin Ja Meine Fliege angreifen Oder eher nicht so Das waren sogar zwei Fliegen Easy Koffeinpille Speed up, size down Sehr gut Und wir kriegen noch eine Pille Relax Ah, ist okay Wir gucken mal, was wir hier noch sonst so haben Denn, äh, mit, äh, dem Keeper kriegt man ja trotzdem noch Schatzräume, ne Das darf man nicht vergessen Nicht so, dass man keine Schatzräume bekommt, sondern die bekommt man natürlich trotzdem Und da kann auch manchmal echt geiler Scheiß dann sein Zodiac, äh, was ist das denn nochmal? Ach, das ist das hier Cancer, ja HP up und you feel protected Ich merke das selber, ne? Upsi Warum kriegen wir eigentlich keine Okay, ich wollte schon sagen Warum kriegen wir keine Münzen? So, wir gucken uns mal jeden Raum an Äh, ja, hier gibt's nix Kein blauer Stein Und dann würde ich sagen Gehen wir in die nächste Ebene Und, äh, schauen wir uns mal an Was wir denn da so finden Denn, äh, die erste Ebene war auf jeden Fall noch nicht so erfolgreich Ich hoffe eigentlich immer darauf, dass wir, äh, blaue Steine finden Weil wir dann eventuell, äh, den Stein bekommen Also den Rock Der uns nochmal den Schaden wafft Gerade beim Triple Shot, sehr geil Wenn wir ja Melee sind, ne Können wir die einfach instant in den Rhein jagen Aber meistens sind da nur blaue Fliegen dann drunter Ja, so wie jetzt in diesem Fall Das ist zum Beispiel auch so ne Sache, ne Was sehr geil wäre, wäre, äh, das Rotten Baby Denn das Rotten Baby, äh, spawnt uns noch so ne zusätzliche Fliege immer dabei Ich muss mich echt dran erinnern, immer wieder Dings zu benutzen, ne Das Ähm Ja, das ist echt scheiße Weil wir jetzt getroffen wurden Jetzt haben wir keine Chance auf den Teufels-Deal mehr Mini-Marsch Machen wir mal einen Speed-Upgrade Ja, ist okay Wir kriegen, wir kriegen momentan sehr viel Speed Das ist okay, aber nicht so geil Ich meine, vielleicht kriegen wir trotzdem den Teufels-Deal Die Chance ist jetzt echt wesentlich geringer Was ich schon mal generell scheiße finde Aber es ist okay Die Fackel sollte man immer direkt zerstören Weil wenn die Viecher da reinhüpfen Dann brennen die Und dann, äh Ja, wird das sehr unlustig Dann werden die auf einmal viel tankier als vorher Und, äh, gehen dir richtig hart auf die Eier Re-Sock Re-Sock ist eigentlich ein cooles Item Hm Wir können mal den hier wegsprengen What? Das geht auch? Das hab ich ja noch nie gehabt Ah, das ist ziemlich kacke Oh Gott Hab ich mir echt jetzt das Ding gekauft? Oh Gott, bin ich dumm Das ist halt echt scheiße, ne? Wir müssen den Fight jetzt so komisch juggeln Weil wir immer Oh Gott, das ist ja super nervig Weil wir immer, äh, Angst haben müssen Hier irgendwelche Items auch zu sammeln Wie ich gerade Super geil Okay, alles klar Secret Raum Könnte hier sein Ja, ist er auch Nur ein paar Bomben Das ist schon mal ganz cool Ja, wir haben 50% Chance Auf den Teufelsdeal Hm Wir gucken mal hier rein Oh mein Gott Vielleicht bin ich da noch reingelatscht Okay, dann gehen wir mal zum Teufelsdeal Oder eher gesagt Erstmal zum Boss, ne? Bis jetzt noch nicht so der geile Run Wir haben bis jetzt zwei Speedups bekommen Was okay ist Ein Range Upgrade Ist auch okay Aber nicht so super gut Ja, mal gucken Ob wir hier ein Dings finden, ne? Hier kann man ruhig mal eine Bombe benutzen Okay Dann geht's ab zum Boss, würde ich sagen Larry Ja, der Larry ist eigentlich ziemlich easy Ich hoffe, wir kriegen einen HP Upgrade und einen Teufelsdeal Nee Wieder ein Damage Upgrade und ein Range Upgrade Ich bin mir am überlegen, ob ich mir Reefstock holen soll Eigentlich bringt's nur was Wenn man halt auch plant, in Zukunft noch mehr Teufel-Shops zu öffnen Ansonsten ist es halt relativ useless Wir können mal hier unten reingucken Ab und zu hat man mal Glück Und da ist irgendwas super geiles dran Ich weiß, diese Dinger können wir unendlich oft benutzen Aber das ist Ich weiß nicht Da kann zwar eine Fünfermünze rauskommen Aber ich find das jetzt nicht so super geil Wir gehen mal weiter Gucken wir mal Also die ersten beiden Schatzräume waren schon mal echt Nicht so geil Wir brauchen jetzt irgendwas richtig cooles Wir brauchen vielleicht den Rock Vielleicht noch irgendeinen Damage Upgrade Wir haben zwar schon Damage bekommen jetzt Aber das ist noch nicht ausreichend Da bin ich auch schon am überlegen, ob ich das mitnehme Weil das ist die Left Hand Die ist eigentlich gar nicht mal bad Die macht alle normalen Kisten und goldene zu rote Kisten Ich bin tot, wahrscheinlich Das ist immer so ein Raum, der tiltet mich Na also Boah Das ist auch wieder Nervig Nervig S-Fug Einfach zu viele Gegner, zu wenig Schaden Aber das geht Wenn man weiß ungefähr, wie man es machen muss, dann geht es Wieder unnötig getroffen worden Sehr geil Komm Komm schon, jetzt stirb endlich Der spawnt auch noch mehr von den Viechern Oh mein Gott Zwei Stück Really Really boy Really Nice Jawohl Sehr gut Das ist immer gut, wenn wir eine Münze rauskriegen, wenn wir gerade getroffen wurden Moms Knife Oh Das ist ziemlich awesome Das ist ziemlich awesome Das ist sogar echt ziemlich krass awesome Das ist ziemlich scheiße, weil wir nicht wissen, was Oh nein Warte mal, wohl Okay, das ist gar nicht mal so scheiße Ja doch, das ist scheiße Warum immer, wenn ich Curse of the Blind habe und ich nehme ein Letters-Item mit, ne Dann ist es immer Sharp Plug Immer Ich weiß nicht wieso, aber es ist immer das gleiche Das ist super nervig Ja, nice Moms Knife ist wirklich kräftig Kräftig Haben wir uns gerade Haben wir uns vorhin durch Haben wir uns gerade selber den Teufel-Ziel weggenommen, weil wir Sharp Plug benutzen? Oh Gott Ne, wir haben ja vorher schon, wurden wir getroffen, ne Aber trotzdem echt mega wack Okay Wie gesagt, wir gucken uns alles an Oh mein Gott Das mit Sharp Plug geht mir ja echt schon ein bisschen auf die Eier Also es ist nicht so, dass es uns beeinträchtigen würde Unbedingt Relax Das ist eigentlich okay Kann man ein bisschen was kaputt machen Aber es ist trotzdem, äh Ich weiß nicht Useless, ne 15 Münzen für so ein Scheiß-Item auszugeben, ist echt useless Ja, wenigstens haben wir echt Wenigstens haben wir echt einen guten, äh Ein gutes Item im Schatzraum gefunden Ach komm schon, ey Das ist so nervig Das sind wieder Bücher Aber ich weiß nicht welches Aber das ist eigentlich auch egal Normalerweise mit dem Keeper ist das eigentlich egal Aber wir kommen sowieso nicht an dem Item vorbei normalerweise Also an dem, ähm An dem, an dem, äh, Wooden Nickel Oh Gott Ich bin da noch Wow, ernsthaft Seriously made Dammit Okay, alles klar Gut, dann gucken wir mal Gehen wir mal in die nächste Ebene, ne Würde ich sagen Falsch Äh, Secret Raum Können wir den vielleicht noch aufdecken hier irgendwo Der könnte hier sein Ja, also sogar Warum haben wir immer so ein Doppel Also so ein Plattformraum Verstehe ich nicht Äh, so random Okay, alles klar Gehen wir mal weiter in die nächste Ebene Und gucken mal Äh, wir haben auch keine Kiste gehabt Habt ihr gemerkt, ne Wir haben nicht eine einzige Kiste gehabt In der ganzen Ebene Ähm Wir sollten jetzt versuchen Auf jeden Fall Mal, äh So schnell wie möglich Hier den Bosses anzupeilen Ich meine Wir hatten bis jetzt Eh keine Live Upgrades Das heißt Es wäre sowieso nicht gegangen Wir hätten eh keinen Ja Kein Teufels-Deal eingehen können Sehr gut Das Gute ist, dass man halt echt Auf Dauer so echt viele Münzen bekommt Oh, Trinkert Room Hm Ich weiß nicht Das ist irgendwie nicht so geil Ah, das ist schon wieder ein bisschen nervig Wir kriegen nicht so die geilen Sachen Ich wünschte mir irgendwie ein bisschen coolere Items Naja, mal gucken, was der Schatzraum beinhaltet Okay Okay Nice, nice, nice Hm Nix drin Nice Wir brauchen irgendwas super geiles gleich Nice Ja Das ist super Das ist super Super ist das Wir haben nämlich jetzt noch mehr Damage mit den Knives Ähm Bis jetzt eigentlich super Müssen wir mal gucken Vielleicht Hab wir daraus machen können Ich bin am überlegen Hier die Dinger wegzusprengen Hier die Pilze Das lohnt sich eigentlich immer Weil da kann immer was geiles drin sein ne Range up Luck up Oh Uh Nice Always lucky So Gib mir den Boss Bis jetzt wurden wir noch nicht getroffen Wir brauchen den Boss Wir brauchen immer noch den Boss Gib mir den Boss Da ist er doch Sehr gut Sehr gut So, dann gehen wir jetzt zum Boss würde ich sagen Oder Oh Oh Ein HP Upgrade Äh Boah Das hatte ich ja letztens erst Was war das denn nochmal Irgendwie Was war das denn nochmal Ja Black Ring will appear Wenn du Damage bekommst Genau Das ist super Das ist super Und wir haben die Chance Schwarze Herzen zu spawnen Was gleichzeitig bedeutet Wir spawnen Fliegen Oder Ja Gut Äh Nächste Ebene Wir gucken mal Also solche Solche Ebenen sind gut Aber wir haben wieder keine Wieder keine Kiste ne Habt ihr gemerkt ne Wieder keine fucking Kiste Problem ist halt Das kann auch sehr schnell vorbei sein hier ne Der ganze Kack Einmal unachtsam Und dann Rip Ne Musst halt ein bisschen aufpassen Aber das geht ja eigentlich ne Wenn man will Dann geht das auch Nur ein bisschen aufpassen Höp Sehr gut Theoretisch gesehen Können wir die ganzen Münzen Liegen lassen Weil wir Ja die ja nicht unbedingt brauchen Okay Nevermind Alter der Damage ist so sick ne Holy fuck Äh ne Das nehmen wir nicht mit Das Ding Das Ding hat uns bis jetzt immer nur Pech gebracht So das ist super wack Super der wacke Haufen So Das sieht doch bis jetzt schon mal ganz geil aus So wir haben die Ebene schon mal komplett Eigentlich brauchen jetzt nur noch den Schatzraum und den Shop Irgendwas geiles rausziehen Irgendwas was noch Ich überlege gerade Irgendwie Protection oder so Wißt du was ich meine? So irgendwelche Irgendwelche Protection In irgendeiner Form Im Infamy Mask Irgendwas cooles Der Ding ist echt scheiße ätzend man Da kann man echt super leicht verrecken Wir können eigentlich mal in den Äh Dings gehen In den Kampfraum Denn da sind nur rote Kisten drin Eine Ne Sorry Das ist es mir nicht wert Ich will lieber Save spielen Ne Better Save Than Sorry Oder wie war das Und bis jetzt Läuft die Save Variante Echt geil Wenn man mal ehrlich ist Ne Die läuft ganz gut Hm Rip Äh Was war das denn nochmal? War das nicht auch irgendwie so ein Nickel? Ne Genau Poop Äh Sprengt sich dann in die Luft Der Leecher Hm Funktioniert der? Der Bloodsucker? Ich bin gerade am überlegen Ob der funktioniert Wenn wir nur ein halbes Also wenn wir nur ein Herz fahren Funktioniert der dann? Oh Das ist eigentlich ganz cool Aber Ja es führt einfach nichts an unserem Item vorbei Ne Das ist halt echt schade Oder was heißt schade Aber es ist halt Es ist halt das beste Item Was es gibt für den Keeper Der Ruden Nickel Was geil wäre Wäre Im Shop Gibt es ja ein Item Das Äh Diese Piggybank Ne Immer wenn wir getroffen werden Spawnen wir Äh Münzen Das ist das beste Item eigentlich So die beste Item Combo Würde ich sagen Oh Gott Ich bin nur reingelaufen Aber zum Glück hat es nicht aufgehoben Gut Bis jetzt eigentlich ganz gut Wir gucken mal Ähm Ich glaube Boss Kampfraum Ist trotzdem Äh nicht Boss Kampfraum Hier Boss Rush Ist trotzdem keine Option Würde ich jetzt einfach mal sagen Weil Keine Ahnung Ist einfach nicht worth Ist einfach nicht fucking worth So Wir würden damit einfach Uns mehr schaden glaube ich Das Ding ist halt Schaffen wir es Ich glaube mit dem Item Pool Schaffen wir es halt nicht Nicht getroffen zu werden Was soll ich meinen Weil wir können nicht fliegen Wir haben nicht irgendwie Orbital Block Oder sonstiges Gedöns Ja So was ist natürlich echt scheiße Oh ich kann mir diese Items nicht merken Ich kriege die viel zu selten 25% damage up for every tier That successfully hits an enemy Funktioniert das mit dem Messer Hm Wir nehmen das mit Okay nice Ich verlasse mich jetzt einfach mal darauf Dass das irgendwas bringt Hm Okay 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 Boss Rush Ich würde so gerne den Boss Rush machen Aber der Boss Rush ist halt Fucking unmöglich Weil wir können auch Keinen Teufelsstil mehr eingehen Weil wir halt eh Keinen Lebensupgrade bekommen Also bei Mom Das heißt Ja Boss Rush Ich weiß halt nicht Was da noch kommen könnte Was uns irgendwie retten würde Beim Boss Rush Ich glaube halt nichts Es sei denn wir würden halt Beim Boss Rush irgendwie sowas bekommen Wo wir fliegen können Dann ja aber Unwahrscheinlich Ich meine wir töten die Bosse sehr schnell Das ist keine Frage Aber die Frage ist eher Weiß nicht Werden wir getroffen Ich meine wir können den Wunden Nickel ja benutzen Die ganze Zeit beim Boss Rush Das ist halt das Ding Das heißt wir können uns Quasi so ein paar Münzen Hinspawn Oh Gott Ich habe immer Angst Wenn ich getroffen werde Gib mir mal mit den Rock Schade Das ist echt scheiße Der Shop Wir brauchen nur den Shop Der muss hier sein Schnell rein Okay Schnell zum Boss Schnell zum Boss Schnell zum Mami Vielleicht können wir sie killen Und dann noch den Boss Rush machen Äh Dark Floor Boah Keine Ahnung Schaffen wir das? Äh Weiß ich nicht Keine Ahnung Weiß ich nicht Weiß ich nicht Weiß ich nicht Oh Gott Die Konstatte nicht Peilen Oh Oh Boah Schnell Oh Ah, wo bist du denn? Da Oh my god Oh my god Oh my god Hey, habe ich gerade Leertaste gedrückt und das Item aktiviert? Stimmt Oh my god Oh my god Ich bin gerade so angespant, Leute Oh my god Oh, dann muss der Letzte Alter Richtig fett Egal was jetzt passiert, Alter Das war ein geiler Run Das war ein richtig geiler Run Den Bossversch habe ich nämlich auch nicht mal mit Lost geschafft Und das ist richtig fett, Alter Das hypt mich gerade richtig Auch wenn es vielleicht für viele easy ist so Aber das ist gerade, für mich ist das gerade richtig fett Ich feiere das gerade aufs Übelste Ich meine, ich habe echt einen easy Run wahrscheinlich gehabt Weil ich halt das Messer habe und ultra viel Damage und so Aber Ah, ich bin darüber so froh, Leute Könnt es euch nicht vorstellen Das ist richtig fett Nice Das ist super schön So, dann können wir jetzt gechillt weitermachen Ne, gechillt Heißt Nicht sterben Kriegen wir hin, oder? Kriegen wir das hin? Die Devil-Karte war halt auch fett, ne? Weil wir damit halt 16 Damage hatten Das war Habe ich überhaupt nicht erwartet Ich glaube, ich habe einmal aus Versehen halt meine Leertaste benutzt Na, kann das sein? Alter, was ist das denn, ey? Alter, das ist ja evil, das ekelhafte Geräusch Oh mein Gott Gucken Ja, das können wir eigentlich machen Ich glaube nicht, dass wir das verkacken, oder? Oh mein Gott Okay Ich habe nichts gesagt Wir haben Goopies Koller, Alter Das ist fett Das ist richtig fett Weil jetzt haben wir die Möglichkeit Eventuell, äh, wiederbelebt zu werden Wenn wir sterben Hm Okay Hm Ich würde mir die eigentlich gerne wiederholen Lass den mal mit Wo bin ich denn? Ach, ich bin hier unten Oh Gott Das ist ja richtig schrecklich Das ist ja schrecklich So Jetzt, wie komme ich da hin? Wie bin ich denn hier hingekommen? What the fuck? Das ist ja ultra weird Ähm Tatsächlich können wir, glaube ich, echt auch Hush schaffen Vielleicht Oh Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich bin tot Nein, bin ich nicht Oh mein Gott Ich wäre beinahe gestorben Weil ich der übelste Lauch bin Oh mein Gott Oh Gott Ich brauche Leben Oh Gott Bitte gib mir Leben jetzt Oh nice Oh Oh Uh Hm Äh. Okay. Ah, hier ist nix. Na super. Na super! Das ist ja schön. Das ist ja richtig schön. Wahrscheinlich müssen wir da unten hin. Eigentlich würde ich mir gerne die Karte Sun noch mitnehmen. Aber da muss ich hier ganz nach oben wieder. Ne. Ich glaube, die heilt mich. Heilt die mich? Ich weiß gar nicht. Heilen mich Full-Help-Sachen? Ne. Ich glaube, mich heilen wirklich nur Münzen, oder? Okay. Okay. Hä? Oh, Gott. Ernsthaft? Ich bin echt falsch gelaufen. Oh, Gott. Es ist ernsthaft da oben. Oh, Karma is a bitch. Karma is a bitch. Ich mach die Map lieber so an. Oh, jetzt darf ich hier überall zurücklatschen. Nur nicht in irgendwelche Scheiße beim Rennen. Okay, jetzt zwei Minuten für zwei Bosse. Kriegen wir da hin? Okay. Wenn's die Bosse sind, auf jeden Fall. Ein HP-Upgrade. Ja, wir kommen eh nicht mehr raus. Das fast. Ja. Wir versuchen's einfach. Wir versuchen's einfach. Ich hab keine Ahnung, ob er's haben. Aber der Run war eh schon Todeswurf. Äh. Kacke. I can see forever. Powerpill. Aha. Das ist tatsächlich ziemlich geil, das Ding hier. Ich weiß nicht. Guck mal. Oh, das ist ziemlich fett. Ähm. Boah. Keine Ahnung, was wir mitnehmen sollen. Der Mind, oder das? Äh, der Mind nimmt man mit, ne? Sollen wir dieses Pay-to- Warte mal. Der Pay-to-Play, ne? Pay-to-Play. Wie viel Schaden macht das denn? Tier Damage mal zwei. Müssen wir mal gucken. Benutzt das denn auch wirklich ne Coin? Ja, benutzt es. Okay, alles klar. Gucken wir mal hier rein. Ich glaube, das nehm ich mit. Das ist ziemlich gut. Powerpill ist auch ziemlich geil. Ja, wir nehmen das mit. Scheiße, ey. Ich hab keine Ahnung, ob das was wird. Ich hab keine Ahnung, ob das ist. Es ist geil. Wir nehmen das mit. Das war's für heute. Komm schon. Nein! Nein! Goddamage! God, ist das ätzend. Ich weiß es nicht, ich hab's verkehrt am Ende. Scheiße. Ja, das war bad. Das war bad. Ich hätte es schaffen können. Aber wir hätten auch wiederbelebt werden können. Also, wenn du danach gehst. Ja gut. Wir hätten einfach wegrennen sollen und letztes Jahrhämmern. Das wäre besser gewesen. Naja, aber wir haben immerhin was freigeschaltet. Und zwar irgend so ein Nickel. Nickel. Irgendeinen Nickel haben wir freigeschaltet. Oder sowas, ne? Oh, ich hab's jetzt nicht drauf geachtet. Äh, Penny. Irgendwann Penny. Penny, irgendwas. Irgendwann haben wir freigeschaltet. Äh, ich muss noch mal gucken was. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt mit dem Keeper schon mal den Boss Rush. Was sehr geil ist. Denn, äh, der Boss Rush ist eigentlich immer super schwierig. Weil du halt sehr viele Items bekommen musst in kurzer Zeit. Und dann noch schnell rennen musst. Damit du halt sehr schnell die Bosse, äh, zu dem Boss Rush kommst. Das heißt, wir haben jetzt mit jedem den Boss Rush. Außer mit The Lost. Und, ähm, ja, so Hush. Und die anderen Sachen machen wir da noch. Das kriegen wir easy hin, denke ich mal. Das wird schon. Keeper, äh, Greed Mode machen wir auch noch. Und, äh, ja. Auf jeden Fall schon mal ein Erfolg. Äh, ich hoffe euch hat's gefallen. Schreibt mir fleißig in die Kommentare. Und dann, äh, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.